Halt! Ich habe eine bessere Idee, ihn ins Jenseits zu befördern. Er wird mit meinen besten Ringern kämpfen. Auf diese Weise kann er würdig sterben. Wenn du meine Männer aber schlagen kannst, wirst du überleben. Na, was ist? Wagst du zu kämpfen? Ich wage jeden Kampf, aber dir traue ich nicht. Du kannst mir trauen. Ich gebe dir mein königliches Wort. Wir haben immer noch nichts von Kara Murat gehört. Du musst Geduld haben. Der Bote, den wir ausgesandt haben, muss gleich zurück sein. Ich bin in großer Sorge um ihn. Ich fühle mich so hilflos, immer nur warten zu müssen und nichts tun zu können. Willst du Kara Murat wirklich freilassen, wenn er die beiden besiegen sollte? Er hat keine Chance, sie zu besiegen. Ich bin in großer Sorge um ihn. Ich bin in großer Sorge um ihn. Das war's. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Dieser Hund! Werft ihn in den Kerker! Worauf wartet ihr? Das nennst du königliches Wort? Ein Wort, dass man an einem... Das nennst du königliches Wort? Vielen Dank.